Hallo und herzlich willkommen zu Skyrim. Ja und wir sind zurück auf Solstheim. Zu meiner Überraschung haben wir am Ende der letzten Folge noch eine extrem seltene Zufallsbegegnung mit Wulfs Bruder Torkeltgard. Falls ihr euch erinnert, wir haben damals Wulf im Skaldorf kennengelernt und der hat uns von seinem Bruder erzählt, der vor ein paar Jahren verschwunden ist und da hatte ich euch gesagt, also es ist jetzt das zweite Mal in all meinen Durchläufen, dass ich den überhaupt getroffen habe. Beim ersten Mal habe ich ihn wirklich gesucht wie blöde. Ich bin, weiß ich nicht, Solstheim immer wieder abgelaufen, 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 bis ich ihn dann irgendwann mal am Strand getroffen hatte. War nun nicht so großartig spektakulär, habt ihr ja gestern gesehen, also so großartig spektakulär ist es nicht. Und ich war auch ein bisschen verwirrt, denn ja in der Quest steht Examen Torkelt, also prüfen, irgendwie Prüfe Torkelt oder was auch immer. Nur ich habe da nochmal hier die Questbeschreibung gelesen, also I met Wolfs Wildblut, also so heißt der Wolf Wildblut. Und er hat uns von seinem Bruder Torkelt erzählt, der weggelaufen ist ein paar Jahre vorher. So und dann haben wir Torkelt Wandern auf Solstheim getroffen. Bisschen Baller Baller im Kopf. Vor unseren Augen hat er sich in ein Wehrbären verwandelt und uns angegriffen. Ich war genötigt, ihn zu töten, um mich selbst zu verteidigen. I should tell Wolf die traurigen Nachrichten. Also von daher, das nächste Mal, wenn wir im Skaldorf sind, erzähl mir dann Wolf. Ich habe nämlich die leichte Befürchtung gehabt, dass er sich nur verwandelt hat, ohne mich attackiert zu haben. Ihr kennt das ja, ne? Ich haue ja schneller zu als als man gucken kann. Von daher, ich musste nachlesen hier bei den, bei der, bei der, bei der, äh, Drehmerspinne und bei dem, ähm, Drehmerspinne, ne, nicht Zenturio, wie heißen, die Sphäre, ne? Irgendwie. Okay. Kugel mit Arme dran. Oh, darf ich jetzt? Darf ich haben? Habt ihr hier, äh, dekoriert? Bisschen, bisschen dusch da. Weißt das ja? Das sieht aus, als wenn ich das schon geerntet hätte. Na gut. So, auf jeden Fall, wir haben die, wir haben die Prüfung der Materialchen absolviert. Und dann wollen wir jetzt mal zurückkehren. Wir haben uns bei denen reingeschlichen. Naja, also, wir haben uns ver, ver, verkleidet. Und jetzt weiß ich nicht, was, was passiert. Weil beim letzten Mal hab ich hier Tabula rasa gemacht und hab alle getötet. Weil ich das halt nicht kannte hier, ne? Ich bin hier einfach reingestolpert und, ja, dann haben die mich angegriffen, dann konnte ich nie anders. Musste ich, musste ich Gewalt anwenden. Ja? Ich habe die Prüfung der Göttin abgeschlossen und mich um diese Dinger da draußen gekümmert. Möge Azura euch segnen. Kann ich etwas tun, um diese Angriffe zu beenden? Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Ascheherz. Ja, dann wollen wir mal gucken. Wie hieß die Frau? Materialchen Trevalans. Da ist er. Es geistern schon lange Gerüchte über den Schamad im Tempel herum. Den Verbreiter von Korpus. Den Verderber der Herzen. Den Architekten von Akuladen. Ich spreche natürlich von elenden Dag und Ur. Ah, ja, da ist sie, der dritte Maske. Wir wissen inzwischen, dass diese Gerüchte von einem verräterischen Priester im Umlauf gebracht wurden, der der Göttin einst treu ergeben war. Es war mein früherer Freund Erden. Reveil, der Weissager der Totenbeschwörer. Seine Geschöpfe drängen nun den Tempel. Aber ich weiß nicht, woher er seine Macht bezieht. Ich fürchte, die Wahrheit könnte in der Waffenkammer zu finden sein. Bevor wir mit dem Bau dieses Tempels anfingen, gab mir mein Vorgänger ein Geschenk. Oder vielmehr eine Verpflichtung. Eine Kiste. Sie sollte in der Waffenkammer verwahrt und niemals geöffnet werden. Er geriet ins Stocken, wenn er sie nur erwähnte. Und seine Hände umklammerten sie so fest, als würde es das Ende der Welt bedeuten. Lieste man sie fallen. Er flehte mich an, niemals in die Kiste zu schauen. Und das habe ich auch nicht getan. Bis heute weiß ich nicht, wie man das hintere Tor öffnet. Aber für den Wiederaufbau dieses Tempels waren viele Hände nötig. Und nicht alle waren Hände der Göttin. Es wäre möglich, dass jemand einen Weg hinein gefunden hat. Nehmt diesen Schlüssel zur Waffenkammer und schaut euch dort um. Nur mit der vollen Macht des Tribunals und dem Willen unserer Göttin kann das Böse besiegt werden. Haken, drei und Oblivierzeichen. Ja gut. Und was braucht ihr? Ja, ich gucke mir mal auf dein Geheiß die Waffenkammer an. Finde ich ja gut. Guck dir die Waffenkammer an. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich keine Motivation. Was kann ich für euch tun? Keine Motivation euch alle umzubringen. Ich finde es eigentlich ganz, ganz gut, dass ihr hier so viel Leben in die Bude reinbringt. Obwohl ich natürlich gerne eure... Ja, guck an. Ich krieg's sogar hier die Rüstung. Achso, die... Die Waffenkammer ist nicht zu öffnen. Na gut. Fallbar zerschmiedestein. Sehr schön. Notiz von Priester Artemis. Die Materialchen spricht nicht darüber, was sich hier hinter dem verschlossenen Tor befindet. Sie sagt, wir sollen der Göttin und dem Tribunal dienen. Aber Erden hatte recht. Das Artefakt spricht zu uns. Ich spüre seinen Herzschlag. Er klappert in meinem Kopf wie ein loser Stein. Klapper, Klapper, Klapper. Eine seltsame Melodie. Kein Herz mit Blut, sondern aus Stein. Und doch ist das Tor nach wie vor unüberwindlich. Ich kann keine Hebel oder Ketten sehen. Keine versteckten Schalter unter den Ausstellungskästen. Hier ist nichts weiter als ein paar kaputte Säulen und die Puppen. Ich hatte ihre Blicke irgendwann so satt, dass ich sie mit Masken verdeckt habe. Und da kam ich auf die Lösung. Was, wenn die Puppen der Schlüssel sind? Drei Gesichter, drei Masken. Ein Tribunal. Aber welche Maske gehört zu welchem Gesicht? Ich erinnere mich nicht genau, also ging ich in den Raum des Bildhauers und betete an den Schreinen, um Segen und Symbol zusammenzubringen. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie das Rätsel zu lösen ist. Aber ohne die Masken bringt mir das nicht viel. Erden hasst es, wenn ich mir Sorgen mache. Er sagt, ich solle Geduld haben und dass unser Meister uns einen Weg zeigen wird. Ob mit den Masken oder ohne sie. Mir bleibt nichts anderes übrig, als auf sein Wort zu vertrauen. Ast rein. Problem ist nur... Ja, seht ihr mal, guck mal, bräuchte ich gar nicht töten, die Leute. Weil, ihr wisst, ne, normalerweise, also mit Kultisten habe ich jetzt normalerweise nicht so, ne. Aber die machen keine Menschenopfer. Versuche nicht irgendjemanden, ihren Willen aufzuzwängen. Und vor allem, greife mich nicht an. So. Der Magierfluch. Sieht ja auch gut aus. Was kann der Magierfluch denn? Alter. Ist das ein Zweihänder? Das würde er erklären, aber der macht... Guck mal, ohne dass da irgendwie was geschliffen ist, 101 Schaden. Und 60 Magiker Damage. Schon gut, wenn man so einen Zauberer vor sich hat. Ihre Handrüstung. Da ist ja einmal ihrer Handhelm und hier so ein Indorilhelm. Gut, 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 gut. Finde ich gut. Was habt ihr denn noch hier leckeres? Ein Schädelspalter. Was kann der? Oh, das sieht auch cool aus, ne? 30 Stamina. Was haben wir hier noch? Ebenerzkrummsäbel. Geht nicht zu weit voraus. Streitkolben. Tageslicht. Was ist denn Tageslicht? RST. Tageslicht. Kleinen süßen Streitkolben. Oh, untote Ziele bekommen dreifachen Schaden. 15 Points of Sun Damage. 15 Punkte Sonnenschaden. Kenn ich nicht. Ergibt dann aber Sinn mit dem Namen Tageslicht. Und untote Ziele dreifachen Schaden. Er ist gut eigentlich hier für Leute, die... Die mal hier... Die DORNGAR DLC. Spielen wollen ein paar... Papiere verklocken möchten. Dreifacher Schaden. Also dreifacher Sonnenschaden. Gut, dann haben wir ja alles rausgepflückt. So. Jetzt muss ich nur herausfinden, was der Haken ist, was die 3 ist und was hier das Oblivion-Zeichen ist. Dann kann ich hier die Masken aussetzen. Beziehungsweise ich brauche die dritte Maske noch. So. Was haben wir denn hier? Na gut. Aber mir fehlt doch noch die dritte Maske. Oder täusche ich mich? Guten Tag. Wo ist der... Wo ist der Priester-Typ? War der hier? Ne, hier war der nicht. Das ist, glaube ich, die Hütte von dem Materialchen. Was? Nix was. Bitte heißt das. Da. So. Die 3 ist Sotaseel und das Oblivion-Zeichen ist wie weg. Alles klar. Aber da gott Uhr fehlt mir nur noch. Ach, guck an. Hier gibt es auch noch eine Maske. Gut. 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 Das war's für heute. Die 3 war Sota Seel, ne? Er hat ja auch noch... Maske von Sota Seel. Das ist wie weg, wenn ich richtig tippe. Ich weiß es halt nicht. Und du müsstest eigentlich hier dann in die Mitte sein, ne? Tja, passt. Hier der Haken ist wahrscheinlich Mitte, dann die 3 ist Sota Seel und das Oblivion-Zeichen ist wie weg. Eine Strongbox. Erden-Revelts-Motivs. Mir wurde gesagt, dass das Tor sich ohne die Masken nicht öffnen lässt. Aber die Priester haben den Willen meines Meisters unterschätzt. Es war Dagot Ur, der das Tor geöffnet hat und er bat mich einzutreten. Und wenn ich sein Gesicht trage, spreche ich seine Wahrheit. Und aus seinen Worten entspringt die Heilung, die die ganze Welt erfassen wird. Mein Tempelbruder Artemis war der Erste, der seinen Segen erhielt. Sein einstmals trauriges Gesicht ist nun ein wundervoller Anblick und sein Mund wurde zu einem netten Lächeln vernäht. Vernäht? Er scheint sehr zufrieden mit den Veränderungen zu sein, denn mir sind keine Beschwerden zu Ohren gekommen. Ich spüre, dass er nun wahrhaft glücklich ist. Ihr seid ihm vielleicht schon begegnet. Habt ihn mit ihrer Hand getötet. Vielleicht habt ihr all die kleinen Geschöpfe meines Meisters kennengelernt, als sie sich auf den Tempel stürzten. Ich wusste, dass das passieren würde. Denn es wird die Zeit kommen, zu der der Champion des Tribunals meinen Meister herausfordern wird. Genau wie der Nerevarine es einst tat. Das Tribunal hat drei Köpfe und ihr tragt sie alle. Ihr habt den Weg geöffnet und seid daher würdig, durch die Hand meines Meisters zu sterben. Kommt zum Friedhof bei Telmetrin. Die Geschöpfe meines Meisters werden euch dort verschlingen. Ja, alles klar. Gehen wir hin. Hokagellasblumen, Hoffnungsfeuer, Rundum, Ring der Auflage. Alles klar. So. Die schönen Masken nehmen wir natürlich mit. Und weil... Ah, siehst du mal. Perfekt. Ich muss die Leute... Da. Haben wir auch nochmal hier so eine schöne... Hast du auch noch was? Jo. Nehmen wir. Alles Tutti, alles schön. So soll's sein. Müsst ihr jetzt nur nochmal eine Sache ausprobieren. Ne. Ne. Ganz ehrlich, ne. Zu der Rüstung passt eigentlich die am besten. Aber ganz ehrlich... Ich möchte das Puppengesicht nicht verstecken. Aber... Ich mach ja alles für meine Abonnenten. Abonnenten. Abonneten. Und von daher, wenn ihr... Ihr braucht etwas? Entscheidet, dass du da eine von den Masken tragen soll... Dann bin ich gerne bereit... Das hübsche Puppengesicht ein bisschen zu verstecken. Sehr, hast Glück. Hast Glück. Ich hab deine Rüstung vielfach. Muss ich dich nicht töten. Du hast auch Glück. Und überhaupt, ihr seid Dunkelelfen. Meine Lieblingsrasse. Machen wir nicht, ne. Vor allem, ihr seid komplett entspannt. Werft euch. Werft einen Blick darauf. Sag mal, lass uns mal hier zu verzicken. Die kann ich sogar kaufen. Sonstige Zutaten. Komm. Kurbeln, weil die heimische Wirtschaft an. Ja, ab Dank, ne. Und wer bist du? Wollt ihr etwas von mir? Kannst du mir hier Restauration? Ihr wisst bereits alles, was ich euch beibringen kann. Ich weiß bereits alles. Ihr braucht etwas? Nicht wirklich. Guck mal, wie nett die hier sind. Und ein Riesenzäh darfst du haben, sagen sie. Schön. Winzigen Seelenstein. Fragmente. Lecker. Guck mal, der liegt hier einfach so rum. Dann nehm ich den Meilen mit. Was braucht ihr? Gar nichts, gar nichts. Ganz ehrlich? Gefällt mir besser, wie ich es diesmal gelöst habe. Gefällt mir wirklich besser. Denn... Ja, hinten in der Waffenkammer bekommt man die ganzen Rüstungen. Die Masken darf ich sowieso behalten. Wenn sie sich ergeben, solltet ihr die Stadt mal besuchen. Jetzt habe ich die Rüstung. Mektakulär. Na, die brauche ich nicht. Die Rüstung haben wir mehrfach. Die haben wir jetzt auch mehrfach. Finde ich gut. Materialchen? Ja? Ich habe die Briefe verteilt, die ihr Worte verbreiten. Gut. Nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Passt auf euch auf. Was habe ich gekriegt? Ja, du auch. Du auch. Komme ich hier wieder raus? Ne. Da komme ich raus, ne? Ne. Nette Leute hier. Nette Leute. Die muss ich nie umbringen. Trifft man ja nicht so häufig, ne? Dass man hier irgendwelche Kultisten findet, die jetzt hier nicht auf Teufel komm raus, da ihre Religion verbreiten wollen. Und so ganz nette Leute. Kann man nix anders sagen. Geben alles freiwillig ab. Was will man mehr? Alles gut. Tut mir schon fast leid, dass ich beim letzten Mal hier den Hammer abkreisen lassen. Ja, aber da war halt, da habe ich die Höhle einfach hier durch Zufall entdeckt. Wusste nicht, was das hier ist. Bin hier rein und die waren gar nicht auf Quarwell gebürstet. Wo habe ich mir die Quests eigentlich hier aufgegabelt? Hierfür. Ach ja, ja. Ich weiß. Die haben wir aufgegabelt, indem wir ich glaube, die Zwergenruine oder die Zwergenruine oder die Zwergenruine, ich weiß es nicht. Ne, die Zwergenruine war das. Fallbatz. Wenn man in Fallbatz reinkommt, da gibt es ja auch eine Quest für. So. Und während der Quest haben wir halt diese Schmiede entdeckt und in der Schmiede war dieser Kenro und der hat einen Brief dabei gehabt, der halt diese Quest getriggert hat. So. Und wenn man dann hier als Kenro verkleidet reingeht, dann sind die einem erst mal ganz, ganz wohlgesonnen. Und wenn man denen dann verrät, hör mal, ich hab mich nur verkleidet, sind die auch noch recht entspannt. Musst du zwar hier so eine Prüfung erledigen, aber die würdest du ja sowieso machen. Du willst ja die Masken haben. Von daher alles, alles tiptop. Alles tiptop. So. Na ja. Und als ich das letzte Mal offline und ein paar Servicedienste für euch erledigt hab, hab ich wieder Besuch von so einem Boten bekommen. Nachdem die Aschenbrot erledigt ist, kann ich meinen Männern die verdiente Rast gönnen. Ja, schön. Gut gemacht. Ach so. Ja, ich hab, äh, Post bekommen. Von dem, äh, verrückten Ausgrabungshainieder. Aber der Bote hat mir gesagt, das ist das letzte Mal, dass er einen Brief bringt. Er findet den Typ schon ein bisschen seltsam. Und deswegen, da müssen wir jetzt mal gucken, was da los ist. Warum er den Postbote da so verschreckt hat. Dass der gar nicht mehr auftauchen möchte. Dann müssen wir jetzt mal auf, Darf steckend dass er die Oh, da. Da. während eines kampfes ich glaub der kampf ist gerade vorbei immer noch? na gut. fabelhaft. na du hübschen hallo ich lieb die nordlächter aber warum ist der batman tot? liegt er hier? er auch das talbuch von rahl ist er da ist band 23 lord asidal verlangt nach mehr blut und ich werde es ihm bereitwillig bringen die männer die ich angeheuert habe sind jämmerliche seelen darum wird es einige von ihnen brauchen um die gewünschte wirkung zu erzielen ich werde ab jetzt nicht mehr schreiben es ist nicht notwendig die zeit ist gekommen den meister zu erwecken auf dass ihnen das schicksal zuteil werde dass er verdient ende mehr nicht was ist da wieder los mit dir ich liebe diese pracht ist schon eine kleine göttin emi ich werde euch vernichten warum musst du denn immer irgendetwas vernichten wollen Junge ihr seid tot alter tellen egal was du nimmst nimm weniger oder teil mit mir den ascherhoff Der hat hier echt seine seine leute geopfert aber Komm ja, höll ich schon lange in der Ruhe Was? Die ist meine Axt womöglich nicht mehr geladen. Tatsache. Ich habe keine Seelensteine mehr. Das ist doch... Was sind denn alle her? Falsch. Falsch. Na gut. Zyklon. Na gut. Wir sollten vielleicht mal... Ach so. Hier waren wir schon mal. Stimmt. Ebony Maze. Die kann ich gerade gut gebrauchen. Der hat hier echt... ...alle niedergemacht. Da ist noch eine Truhe. Sogar vertüddelt. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo wir überhaupt langen müssen. Ja. Ja. Schon mal. Schmuck. 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 Du kleinen Mese. Mächtigen Seelenstein. unter umständen hätte ich vorher mal auf die idee kam auf solstein mein glück zu suchen ich hätte zu hause bleiben sollen drei verschlossene tür dann drehe ich noch einmal so kleider am botzen noch ein wahl haben wir schon die tür ging nie auf aber wir haben als rüstung der rache das ist schon mal schon mal viel wert finde ich gut so und dann adler adler dann geht für auf und dann geht hier auch auf alles klar dann mehr nach männer weiss denn da los sie stolpert treppern gefallen neben neben mhm Hm? Kopf zu. Uh, Stahlrad. Schick. So. Das scheint mir doch mal hier acedals Helm zu sein. Und... Wo ist der Hinweis? Naja... Die Kombination scheint falsch zu sein. Adler, Adler. Ist auch falsch. Ist auch falsch. Ist auch falsch. Gut. Was ist mit Schlange, Schlange? Schlange, Schlange funktioniert. Alles klar. Jo. Asidals Helm der Vision. Mhm. Das tut mir leid. Ja. Das Ding ist aber gespickt hier mit Fallen. So, dann wollen wir mal checken. Beschleidung. Oh, Gott, 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 Gott. So. Boots. Handschuhe. Hey, ich krieg zwei Helme. Helm der Vision. Zwei Ringe. Rüstung. Aber anscheinend... Sah der Helm, den ich gerade eingesammelt habe, nicht anders aus? Asidals Helm der Vision. Wir haben auf jeden Fall alles. Wir haben auf jeden Fall alles. Schuhe, Handschuhe, Helm, Ring, Ringe und Rüstung. Haben wir alles. Muss ich nochmal in der Aufnahme gucken. Wenn das Asidals Helm der Vision ist, dann... Dann wurde ja halt nur da vorne, wie er da lag, fehlerhaft dargestellt. Ist halt so, ne? Ist wie das. Komm mal, was ist er mit dir? Diese faule Totenpack hier, ne? Wir blühen die ganze Zeit nur in ihren Gräbern rum. So. Boah, ich hab zwei Hände der Kraftlosigkeit. Die Zeit ist gekommen. Die Zeit ist gekommen. Artidal, erhebt euch! Junge, so wird das aber nicht. Du kannst hier einfach irgendwelche Toten beschwören. Ich hab ihn noch nicht nie. Hallo! Ach, hey! Ach, ach! 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 Wir werden ihn nicht verholt. das schon erhöht feuerresistenz um 50 prozent und feuer zauber schaden um 25 prozent ich weiß nicht gilt auch für waffen kalle was ist geschehen was ist geschehen was geht hier vor ich kann mich nicht erinnern seit ich hierher gekommen bin nach kolpjorn habe ich flüstern gehört stimmen gedanken bilder sie sind seither immer lauter geworden dröhnend drängend ein paar mal habe ich das bewusstsein verloren es war es war unmittelbar bevor die traur erwarten ihr habt die bergarbeiter getötet ich weiß nicht vielleicht er wollte es so er brauchte nur ihre energie ich weiß nicht ich hoffe nicht aber vielleicht habe ich bitte ihr müsst mir glauben ich glaube euch aber kommen wir ja nicht wieder ja klar ich will nicht mal mehr das wort hügel grad hören nie wieder ich gehe nach rabenfels und hier ihr erwähnt dass keinem gegenüber wenn ihr mich dort sieht dann nickt nur mit dem kopf und ich komme wenn ihr hilfe braucht dass das ist das mindeste was ich tun kann nur bewahrt stillschweigen über diese sache alles klar so den typen treffte jetzt in rabenfels in der im spuckenden netz so heißt das ding und dann könnt ihr den als begleiter anheuern ich habe mich nur immer gefragt warum soll ich das tun lässt sich hier von uralten drachen priestern belabern bringt seine eigenen leute um ist jetzt nicht unbedingt zu einer wo ich sagen würde mit dem habe ich bock um die häuser zu ziehen allerdings möchte ich ihn auch nicht dafür bestrafen denn ich habe vorher so ein arzidal flüster der irgendwelche komischen sachen in ins ohr und dann wirst du dafür bestraft gibt ja auch so sehr immer ich berufen sich dann immer auf die war vom teufel besessen beziehungsweise ich glaube hier der letzte teil von der ja ist die horrorserie schlag mich tun schreibt in den kommentare wenn ihr wisst der dritte teil der schlechteste teil wie ich finde der befasst sich eben mit einem mörder der eben tatsächlich vor gericht plädiert hat darauf dass er vom teufel besessen ist ja und die beiden geisterjäger die glauben naja egal was ich sagen wollte ist der typ der raleigh sedaris der hat diese besondere spitzhacke die in der tundra halle an der wand hängen könnt da gibt es in der tundra alle extra so ein plätzchen für wo man die spitzhacke hinhängen kann habe ich bis zum letzten display auch nicht gewusst weil solche sachen fallen mir einfach nicht auf genauso wie jeder dieser kolpion schädel jetzt weiß ich jetzt und wenn ich mir jetzt angucke den schädel dann sehe ich die zeselierung ich wusste nur vorher nicht weil ich mit dem anstellen soll aber durch die tundra halle habe ich halt auch noch mal so ein paar sachen gelernt das ist dann so ein paar sammel objekte hier gibt naja wir sind am ende ich bedanke mich fürs zusehen ich hoffe es hat euch gefallen und ich wünsche euch was bei bei